Station Nummer 3, wir sind in Büchenbach, habe die Ehre. Habe die Ehre, grüß dich. Entschuldigung, ich habe dich hierhin überfallen, das tut mir leid. Stell dich kurz vor, zu schleppen. Ja, ich bin der Chef der Brauerei Herold in Büchenbach. Hans, Brauerei Herold, Tag des Bieres ist es. Und unsere Hörer haben es für dich verdient, einmal ein gescheites Bier zu trinken. Ein kürzter Verkriegen sie, ein Leubser kriegen sie. Kriegen sie auch ein Büchenbacher? Ja, freilich krieg ich auch ein Büchenbacher. Fünf Kästen haben die anderen gegeben, die schauzen bei dir aus. Machen wir auch mit. Einfach raus. Jawohl, und am Morgen gibt es bei uns Bockbier im Ausschamp in der Wirtschaft. Ach du lieber, Gott, Bockbier gibt es auch noch dazu. So wäre ja auch ein fresher Bockbier für mich vielleicht noch. Na, freilich ist doch kein Thema. Also, Maigi, nächste Station geponkt. Auf ist doch etwas Leiche. Ja, ja, ja.